So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shallow of the Tomb Raider. Und zwar sind wir ja beim letzten Mal hier stehen geblieben. Unser Boot wurde zerschossen, wir sind wieder von Jonah getrennt. Und wir sind eigentlich so ziemlich am Arsch, kann man so sagen. Ist da was? Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. So, Schlammloch, perfekt. Los, halt, warten, schneller. Das Leben eines Soldaten. Na, hat irgendwer Bock hier rüber zu kommen? Hab ich Waffen? Nein, ich hab nur ein Messer. Das macht das Ganze natürlich noch schlimmer. Ah, Mann. Na los, komm hier rüber, bitte. Bitte. Nein, er kommt nicht hier rüber, schade. Kann ich mich auch einfach vorbeisleapen? Obwohl, wenn er jetzt hier rüberkommt, dann kann ich ihn kriegen. Genau, jetzt ist er meins. Perfekt. Ey, hau nicht ab. Mann. Er ist abgehauen. Genau dann, wo ich ihn kriegen konnte. Okay. Na los, komm hier wieder zurück. Och nein. Mann, der Typ von der Spezialeinheit kommt. Ganz schnell weg. Komm. Und wieder ins Gebüsch. Perfekt. Okay. Was gefunden? Wir müssen in ein paar Minuten nicht zurück. Vorposten. Ich hab hier was. Melde mich wieder. Okay, er kommt. Perfekt. Ich muss den da vorne separieren, dass der allein ist. Ich sicher die Flanke. Oh, fuck. Nein, ihr seid jetzt nicht zu zweit unterwegs. Och, fuck. Ich krieg euch nicht getrennt, oder? Das muss ich mir ansehen. Bleib möglichst dicht zusammen. Nur eine Frage der Zeit. Hier ist nichts. Verstanden. Bleib im Bereitschaft. Oh, fuck. Und vielleicht. Das sehe ich mir lieber mal an. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Kerl mit dir. Komm. Du hast einen Fehler gemacht. Perfekt. Perfekt. So, Bereich sicher, oder? Bereich sicher? Ich vertraue dem nicht, aber ich hoffe mal. Okay, sie versteckt sich immer noch im Gestrüpp und so. Heißt, die ist immer noch irgendwo Gefahr. Okay, kommen wir hier irgendwo weiter. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, da wo soll ich hin? Hier? Ja. Voraus Team, warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Ach, nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Okay, ist mir scheißegal. Bugers wir. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Verteilt euch, das ist genau das, was ich will. Komm ran, bitte. Oh, fuck. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Das Problem, was ich habe, ich muss hier raus, um mich zu heilen. Meine Gädenbrett auch. Okay, danke. Aufhack. Feuer einstellen, die Position überprüfen. Wo bist du? Komm her. Willst du dich den ganzen Tag machen? Nein. Vorhack, mach, dass du hier wegkommst. Mach, dass du ganz schnell hier wegkommst, bitte. Nein. Hop, 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 hop. Holy shit. Ganz schnell mach, dass du runterkommst. Holy shit. Das ist anstrengend hier. Ja, ich bin abgehauen. Hoffentlich weit genug, dass du mich nicht findest. Hoffentlich weit genug, dass du mich nicht findest. So, ganz schnell wieder hinten hin, in hoffnung, dass du hier drauf nicht achten. Okay, hier kann ich nicht noch mal hochkommst. Okay, hier kann ich nicht noch mal hochkommst. Okay, schade. Es ist momentan für mich sicherer, hier hochzukommen. Ich muss den Typen hier wegkriegen, irgendwie. Los, komm. Oh fuck. Das kann kritisch werden. Ich bin so tot. Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Wo soll ich wohl hin sein? Ich bin im Wasser. Okay, jetzt muss ich aber nach da hinten in mein flaches Eckchen gehen. Und mich ganz schnell hier hin. Komm, ganz schnell wieder runter. Okay, ich hab einen Hitfahrt schon, äh, angetankt. Ich kann nicht mehr nach hinten. So, war das der letzte, bitte? Bitte sag mir, dass das der letzte war. Fähigkeitspunkt lautlos kill, perfekt. Ähm, das war der letzte, oder? Ich will endlich mein Basislager haben. Was ist denn mit euch? Weil es ist so schwer daran zu verstehen, dass ich ein Lager haben will. Aber jetzt bist du wenigstens nicht mehr angespannt. So. Oh fuck, hier sind Ablenkungsmittel. Ganz und gar nicht gut. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder ein Scheiß-Lady. Scheiße. Nehmen wir das einfach mal kurz als... Obwohl, nee, komm, das nehmen wir nicht als thumbnail. Ich will thumbnail eigentlich was zum Kampf haben. Aber ich will momentan keinen Kampf. Das ist eine andere Sache. Soll ich da wirklich rüberspringen? Ja. Cardinal ist Hevi, glaube ich, oder? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Hier Cardinal 2. Ich sehe Vorwebenschäden in Juliet 3. Den Felssturz hat die terziäre Pumpeanlage zerstört. Keine Brände. Oh, okay. Das passt los. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch ungestürzte Bäume blockiert. Ich habe ein Basislager. Oh, safe. Alles safe. Honorato ist tot. Die Schatulle ist weg. Ähm, was haben wir jetzt noch so? Falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Ähm, was haben wir hier? Pistolen mit Leuchtmunition... Kann Leuchtmunition verwendet werden? Blinden und Betäuben umgepanzerte Gegner für einige Sekunden. Kommen, nehmen wir das mal. Ähm, haben wir hier noch irgendwas für einen? Hier. Funktioniert zwar sowieso nicht, aber komm, machen wir mal. Inventar, können wir doch garantiert irgendwas machen. Hier perfekt, unsere Outfits sind wieder am Start. Zum Glück. Die hätte ich gerade eben gebrauchen können, aber sowas von. So, warte, Feindentdeckung, lautlose Bewegung, Renners, Leiser. Was ist bei denen gewesen? Natürliche Ressourcen, Gewitzel, Zusehen, Pflanzen, Mineralien, Herstellung, okay. Für die brauche ich immer noch Teile, für die kann ich machen. Was bringen die mir? Feindentdeckung, die länger umlau... Raubtiere brauchen länger. Okay, dann nehmen wir das doch mal um an. Was sind das für welche? Ja gut. Siehen irgendwie komisch aus, aber egal. Nehmen wir mal rennatürliche Ressourcen erstmal. Finde ich gut. Achso, ja stimmt, ich habe ja nur eine Kletterachse und ein Messer, da war was. Ja gut. Wie komme ich jetzt an Pistolen und sowas ran? Aber ist mir jetzt erstmal scheißegal, ich habe einen Speicher. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Okay, der Typ weiß, dass wir ihn abhören. Schade. Ich hätte ja auch mal Glück haben wollen. Oh, fuck. Ähm, ich muss den Typen loswerden. Aber sowas von. Sowas von schnell. Dieser Typ wird der Thermo überlegt. Scheiße. Falscher Alarm. Irgend ein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weit hernachst. Weg mit denen. Und überhaupt ein Rücksicht. Okay, Scheißidee, Scheißidee, Scheißidee. Okay, das war's. Jao. Okay, das waren die Scheißidee. Eindeutig. Mann, Alter. Hätte ja mal funktionieren können, okay. Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt hört sich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Untersuchung läuft. Warte mal, wie sieht's aus, wenn ich da einen Molotow geschmeiße? Okay, das war gar nicht so rechtzeitig. Okay, da vorne ist einer mit einer Thermobrille. Mit einer Thermobrille. Ich hoffe mal, keiner ist hinter ihm. Dann hab ich hier ne Chance. Zu überleben. Ähm. Da vorne rennt einer rum. Wenn ich dich suchen muss, werde ich nur noch wütender. Ja, dann werde mal wütend. Okay, Molotow-Corectels scheinen sehr effektiv zu sein. Okay, du rennst da jetzt hin. Das ist ein gutes Versteck. Wo soll ich denn noch suchen? So, okay. Oh, du schlägst ganz schnell raus. Ähm, nee. Ich hab nur im Gegensatz zu dir keine Waffe. Im Anschlag. Ich hab nur ein Messer. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger, mit einem Messer das zu machen. Als du denkst. Wenn ich dich suchen muss, werde ich nur noch wütender. Okay, einer weg. Okay, weg, 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 weg. Okay, weg, 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 weg. Okay, weg, 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 weg. Waffen entsichern! Auf, hack, auf, hack, auf, hack, auf, hack, auf, hack. Sind sie tot. Wir sind noch, wir sind noch, wir sind noch. Wir sind noch. Wir sind noch. Okay, alles gut. Dieser Loop hier rum, er rettet Leben. War das schon alles? Feuer, äh! Und in your head. Bam. Okay, perfekt. Huh. Okay, ich würde mal sagen, das war's mit diesen Leuten. Und ich würde noch mal sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir von hier aus weitergehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden. Tschüss. shooting. Musik Untertitelung des ZDF, 2020